einen wunderschönen guten tag zurück zum tavernen master gut wir haben angefangen noch ein bisschen mehr deko zu bauen weil wir geld ausgeben müssen und wir haben letzte runde dann forscher oder forscherinnen ist ja egal warum forscherinnen angestellt und ich überlege gerade ob wir noch für morgen oder dann am nächsten tag besser gesagt noch jemanden engagieren also noch jemand der forscht weil wir einfach zur zeit meiner meinung nach forscher brauchen die können wir ja irgendwann wieder weg war also ja weg ballern muss man einfach mal so sagen deswegen bauen wir hier hinten ja doch kommen wir bauen hier hinten noch einen forschertisch wenn wir ein ich weiß gar nicht können wir noch im forschertisch das sind die dinge sechs mal sechs brauchen wir so und dünn dünn mittig stimmt wir können da ja auch mittig hinpacken können wir ja auch mit dem hier machen halt so okay haben wir dann brauchen wir hier aber ob es jetzt serviert ein tag lang schon wieder ich will nicht nur des herrs also wir machen erstmal den punkt fertig dann hoffe ich dass die laufsuppen heute noch fertig werden wir haben morgen das pilz suppe des herrs und ein eintopf okay und ja wir engagieren noch ein forscher in meinen augen ist die geschwindigkeit ist das hier am ja am besten weil ich weiß nicht was die geschwindigkeit aussagt drei meter pro sekunde muss nicht laufen jack du kannst mehr kunden an können wir hier auch auch wir können wir können wir können gewinnt zweimal schneller erfahrung ich finde aber das hier grundsätzlich geiler stimmung wird nicht so schnell dann hoffen wir mal dass die forscher jetzt forschen wir haben da jemand sehr schön muss meine andere forscherin werden noch zwei warte mal hat die sich ein buch aus dem bücher regal geholt kann das sein warte mal wo sind denn die vor wo war denn das nee hier nee doch in der forschung aber da kann ich nicht mehr aufklicken um zu sehen was es macht aber die hat sich ein buch aus dem bücher regal geholt da bin ich mir absolut sicher das würde doch aber für uns eigentlich bedeuten dass wir dekoration diese bücher regale zwar auf jeden fall hier noch eins hinpacken und hier an die treppe noch ein warum nicht also hier noch eins reinpacken alleine nur damit die nicht so weit rennen müssen und dann können wir die sitzplätze doch noch mal verschieben und dann werden wir da noch eine deko pflanze oder sowas rein pflanzen okay und dann morgens halb zehn in deutschland so genau wir können noch mal gucken oh wir haben nur fünf mann nur fünf mann damit kommen wir auf 100 10 120 kriegen wir zusammen wir brauchen aber wenn dann davon brauchen wir eigentlich nicht wirklich was ne also kokosnüsse und das hier und fisch ja ja dann bleibt ihr die maute kein geld für euch aus so nach super fertig kunden bedienen fertig neues bild und das packen wir wie groß ist denn das das ist größer okay dann kommt das oben hinter die bar da guck mal neues bildchen so perfekt dann können wir weitermachen eigentlich warten wir jetzt wirklich auf die forschung wir können oben theoretisch auch noch einen minnesänger hinpacken rein technisch gesehen und ja bald ist unser hotel fertig und dann müssen wir wirklich jemand ins hotel stecken wir haben theoretisch noch platz da müssen wir dann halt nur gucken wie wir den effektivsten nutzen müde warum bin ich müde wahrscheinlich weil es wieder mal ein langer tag für mich war so dann dann machen wir dich auch noch finde es halt geil dass man hier so schön rein man kann auch so schön rein suchen was haben wir denn hier eigentlich für ein bild aha also ich kenne mich mit den bildern nicht aus aber das obere habe ich schon mal gesehen was wir jetzt oben hingehangen haben könnte ein monet oder so sein ich weiß es nicht ehrlich ich bin überhaupt kein kunstexperte aber irgendwie sowas monet Picasso glaube ich nicht aber gut habt ihr nichts mehr zu tun ist es feierabend ja also wir kommen mit dem geld was wir machen gerade so hin was hier los aufgestiegen getränke du kriegst hier jetzt erstmal kriegst du das mit dem trinkgeld das ist für mich am wichtigsten der rest wer bist du Forscherin also da muss ich ehrlich sagen da engagiere ich im notfall niemanden neues so wie sieht es aus wir haben morgen kommen die henke morgen kommen die henker na dann beginnen wir doch den tag mit den henkern so was haben wir gibt mehr als 3000 wir haben jetzt schon 1300 ausgegeben eine veranstaltung ja desserts okay das machen wir morgen würde ich vorschlagen wir könnten rein technisch gesehen natürlich wieder nee können wir nicht oh 1 2 3 4 5 6 7 8 man kriegen wir kokosnüsse wir kriegen kokosnüsse ja was wir haben haben wir erstmal ne Forschung geht weiter perfekt und dann forschen wir die nächste Küche weil mit der nächsten Küche ich weiß nämlich so ehrlich so Pilzsuppe sehr schön ich weiß ehrlich gesagt nämlich nicht ob wir mit der nächsten Küche machen also wir müssen dann unser Personal wir müssen dann aufstocken so viel steht fest jawoll okay baue einen Raum mit einer Tür und einem Fenster haben wir dann kaufe ein Bett einen Kleiderschrank und einen Dekorationsgegenstand ein Bett und einen Kleiderschrank okay warte auf die Gäste am Abend warte mal wir brauchen eine Tür das gucken wir uns jetzt mal an wo steht denn hier betten aha ähm 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 bed what okay ähm Kleiderschrank Hotelzimmer dieser Gegenstand ist gesperrt gehe zum Forschungsbaum okay aber siehst doch kauf einfach nur ne Deko oder bin ich jetzt doof warte auf warte auf Gäste große Hotelmöbel Wandspiegel gucken 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 was können wir denn noch Deko haben wir hier Spiegel dabei mäh hm Hotelzimmer aber mehr können wir doch gar nicht ne ja wenn dann kauf mal hier gleich richtig ein und wenn wir wenn das wirklich so passt dann bauen wir hier Klickzimmer also wenn dann wirst du leider dich äh woanders hin äh räumen und wir werden hier unten ein paar Sachen machen müssen so stopp wir brauchen jemand der Hotel macht Hotel so werden wir ja sehen ob das jemand möchte das Zimmer Problem ist natürlich jetzt ist unser Feuer schon ach ja obwohl das geht noch lassen wir erstmal laufen volle Pulle jetzt forschen wir erstmal die Küche fertig genau wenn die Forschungspunkte fertig sind können wir ja theoretisch darin oder weil ich weiß jetzt nicht brauchen wir noch goldene Leute dafür bin ich mir halt überhaupt nicht sicher wer bist du denn unser Getränke Master so noch ein Getränk mehr und morgen machen wir nur was machen wir morgen nur Desserts sehr schön ja machen wir machen wir so dann müssen wir aber hier wieder Sachen da braucht man nix hm ok bum bum stimmt und sobald wir die Küche haben müssen wir so viel Geld zusammensparen dass wir erstmal die Küchenutensilien alles hier bauen können machen können tun können weil wir können auch nur sechs Kessel machen fällt mir gerade zu ein ne ja hm aber trotzdem braucht ihr doch eigentlich immer nur drei hm so gab es unzufriedene Kunden halt 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 nein perfekt aber wie sieht die Bilanz für heute aus uff kleines negativ ok gut dafür haben wir natürlich jetzt auch hier ganz schön gekauft aber wir können halt keine das finde ich halt dumm kaufe ein Bett einen Kleiderschrank und einen Dekoration ist das egal warte mal wir kaufen jetzt irgendeinen Dekorationsgegenstand zum Beispiel eine Pflanze Pauz aha egal was wir kaufen Dekoreien und Goodies dann warten wir jetzt auf den nächsten Tag und wir servieren heute das müssen wir nämlich auch ne aha aha wir müssen heute nur Desserts äh keiner keiner heute werden nur Desserts zubereitet haben wir das jetzt ja oh 60 60 also halleluja ja so hoch bleiben Hauptgerichte oh die dauern auch noch wie soll man da auf 5 kommen ei 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 so meine Forscher forscht hm ich weiß halt nicht wie das jetzt mit den Gästen jetzt könnte da jemand kommen der gibt würde uns 250 bringen wenn ich das richtig verstanden habe müde halt stopp was ist denn hier los ah nennen sie es hoch sehr schön was geben wir dir denn Treppensteigen nope tragen nicht tragen auch wichtig dumm 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 so perfekt hatten wir oben jetzt eigentlich alles aufgekauft weiß ich nämlich nicht hundertprozentig dann könnte es natürlich laufen lassen und dann einmal am Tag auffüllen dazu ist ja glaube ich auch dieser mittlere hier gedacht dass das dann automatisch Küchenkisten und alle Fässer werden automatisch aufgefüllt die Frage ist muss ich das dann kaufen und der füllt das automatisch am Abend auf müssen wir schauen vier Forschungspunkte noch okay und jetzt brauchen wir jetzt nur noch Gäste oder sehe ich das falsch brauchen wir jetzt nur noch goldene Gäste na dann forschen wir erstmal hier weiter und dann warten wir auf den Abend und gucken mal ich muss nämlich wirklich überlegen ob ich nicht so ein bisschen skippe bis die Forschung fertig sind und und euch dann wieder mit nehme weil so warten wir jetzt einfach nur und warten ich würde halt gerne mal auf einen Hotel Gast also das ist so was ich jetzt gerne haben wollen würde ein Hotel Gast wir haben ja eine Kellnerin die Hotel macht Tio reinigen und Hotel und daher wäre das schon schön ne aber keiner will bei uns nichtigen keine verärgerten Kunden okay das vielleicht zu ja brauchen wir verschiedene das ja wir müssen nur ein bisschen ausgeben und dann hätten wir das auch geschafft hier ein bisschen davon ach so wir hatten jetzt gar keine Leute doch ne nicht wirklich hab ich nicht drauf geachtet muss ich leider so zugeben so und pop du willst mich jetzt verkohlen oder ach verdiene ich dachte ich muss ausgeben na gut das hätte ich so oder so oder so jetzt geholt okay so haben wir morgen eine veranstaltung nein haben wir nicht wir haben einen ganz normalen tag dann können wir erstmal hier weiter forschen lass die forschungspunkte hochgehen bleiben bleiben die is denn bestehen die is bleiben tatsächlich bestehen weil das habe ich immer noch nicht ganz verstanden mit dem to go können take bauen wir können kaufe das habe ich noch nicht ganz verstanden wäre auch noch eine variante die man machen könnte fenster verschieben und dann hier den to go shop dran hätte ich jetzt gesagt aber bin ich mir auch noch nicht sicher so na dann die stadt jetzt kommt zwei diebe oh el und limo wurde geklaut das ist ein witz oder das bedeutet wir brauchen jetzt einen zweiten wächter serviere einen tag lang nur hauptgerichte ok dann ist heute alle keiner keiner nur nur hauptgericht erdbeerkuchen keiner alle dann ist heute tatsächlich nur erdbeerkuchen finde ich nicht so pralle aber wir müssten eigentlich auch das noch organisieren haben wir jetzt natürlich nicht die möglichkeit kriegen wir 200 zusammen mit 100 ich glaube nicht also wir sind froh wenn wir das gerade so zusammen bekommen das das ist natürlich limo und er ich dachte habe ich das jetzt haben die unten geklaut mein hilf was ja tatsache das bedeutet auch wir brauchen tatsächlich jetzt einen zweiten anheuern wächter ei ist das egal ob mit mütze oder ohne hier kommen dann holen wir ihn hier er sieht du kannst keine wächter anheuern da du bereits einen hast aber wie kann ich mehr wächter anheuern ich brauche doch mehr ich brauche doch mehr wächter wie geht das warte mal irgendwo wo stand das hier mit wächter anheuern das muss doch hier irgendwo gestanden haben oder oder war das einfach so freischaltbar mit dem dieb schneidebrett ne schade also ich sehe es gerade wirklich nicht das ist mies ich kann keine weiteren wächter ach so oh ich kann ihm verbesserte ausrüstung kaufen sagt das doch einer hier um und du kriegst von mir auch und du kriegst von mir gleich mal so eine rüstung hier um tom dann habe ich so viel geld aus eben er wir haben immer noch gar keinen hotel gast na das finde ich immer noch nicht schön ich würde dich auf getränke du musst reinigen, Hotelgast und du bist, äh, Kaffee to go hätte ich gesagt, und dann bauen wir uns da wirklich mal hier noch so ein Kaffee to go Ding ein, Problem ist halt wir können das Fenster nicht einfach nehmen und verschieben, ne, das finde ich halt doof ähm, wo ist denn hier die Theke für to go ähm, Spezialist äh, ZZZ die muss ja dann irgendwie hier so platziert werden aber wie Küche kann es nicht sein Lichter, Deko Garten kann es auch ne, Garten ist alles noch nicht freigeschaltet Spiele der Tisch den bräuchte ich dann natürlich den müsste ich irgendwie so daneben dann packen, aber das wäre machbar so packen wir schon mal hin das ist doch der, ne Shop ah, der Einpacktisch, genau, der kommt dann hier so daneben dann würde ich, äh, einfach mal sagen du schmeiße ich jetzt einfach mal halt da hin bam bam oder da ich hab keine Ahnung hier, komm wir schmeißen dich hier an den Tisch so die Frage ist wie rum ist richtig äh, ich hätte jetzt gesagt so wahrscheinlich hoffe ich so dann steh nee, wir brauchen Mauerwerk glaube ich und zwar sowas hier hallo dich geht nicht weil oben offen was ist, wenn ich das erstmal mache geht auch nicht geht auch nicht ich hab keine Ahnung wie ich das baue, ne mit dem to go ehrlich ich bin etwas ähm nein bap bap sagt mir nicht ich muss die Wand wäääh abruppen warte mal wir testen das mal kann ich die Wand überhaupt abruppen ja, das geht ok und wenn ich mir jetzt hier special und ich kaufe mir hier so einen Laden to go du kannst kaufen weil sich der Gesinn überschneiden welche Requisiten ach, da drüben ach, da steht noch was mhm sag mir das doch mal dass hier noch was steht was wir direkt daneben bauen können und dann können wir das hoffe ich doch mal ja, wie rum es richtig ist ja wenn ich dich jetzt so hinpacke das Item muss an einer Wand befestigt sein das verstehe ich nicht ich verstehe das ganze Ding einfach noch nicht hm also nochmal ja das ist doch oder muss ich es umdrehen jetzt ich krieg das nicht ich krieg das nicht gebacken ne warte mal was wäre denn ne ich würde es einfach nur wissen auch nicht weil es würde ja jetzt an der Wand stehen oder muss die Wand mit warte wir machen es nochmal anders weg Forschung wo ist nicht jemand to go hier Kaffee to go Schritt 1 Baue eine Wand für einen to go Tresen Wand für to go Tresen hat irgendwer die Wand für einen to go Tresen gesehen was ist das untere Wand obere Wand Spitz also veralbern kann ich mich langsam alleine bauen die da ein extra Reit dafür auf was soll das so okay und ich will dich aber umgedreht haben oder auch nicht okay so keine Ahnung da stehen Leute vor das Problem was ich nur habe ist das Ding muss doch aber andersrum weil die doch jetzt hier rein hier her gucken hä er sagt immer so okay das bedeutet wir haben wir müssen alles klar warte 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 muss ich jetzt leider so sagen ähm ja ist mir so egal ob ihr alle sauer seid aber was soll ich machen wenn der Blödsinn einfach nicht so funktioniert wie er funktionieren hätte sollen weil ich einfach mal noch eine Wand sozusagen geht nicht weil da steht wieder was im Weg ne Wand ne Wand ne Wand ne Wand ne Wand so wo haben wir es denn so du musst definitiv schon mal versetzt werden ei 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 also das ist finde ich ein bisschen dumm gemacht nein das ist die Frage wo von wo kommen denn wo steht denn dann wer stehen die denn hier und von da wird eingeladen oder wie also so wäre jetzt meine Vermutung dass ich dich einfach hier so mit hin packe so und dann hoffe ja wo ist jetzt meine Kellnerin das Problem wird nur sein die Kellnerin darf nur to go machen ne sehe ich gerade oder nur to go treten sonst kommen keine chance sonst so hotel machst dann einfach du noch mit müssen müssen wir jetzt erst mal so machen achso und dann können wir hier ganz spezifische sachen anbieten das to go menü muss dasselbe wie das normale menü sein oh okay dann gucken wir mal ob das so geht weil da stehen ganz schön viele Leute ist sie gerade vom sie soll doch aber eigentlich nur to go machen noch hm was ist das ach nur Hauptgerüchte haben wir heute jawoll so und dann können wir ja mal auffüllen ja wir haben richtig miese gemacht ist mir schon klar so aber das mit dem to go habe ich halt noch nicht ganz gerafft gehabt aber ist doch auch irgendwo doof das ist jetzt hier galt genau im Eingang ich hätte gesagt auch nach das ist das was ich mich ja gefragt habe wir könnten natürlich hier wenn das gehen würde hier ein to go Tresel hin machen aber ich glaube das geht auch nicht das ist dann nicht schön gemacht weil hier wäre ja der Weg theoretisch wäre das ja eigentlich ideal von der Strecke her sollte das gehen aber gut werden wir sehen so Forschung acht Forschungspunkte fehlen uns noch aber wir haben glaube ich morgen eine Special Veranstaltung war ja aber gut die Zeit ist sowieso vorangeschritten daher machen wir auch an dieser Stelle für heute Feierabend und bedanke mich fürs Zusehen und sage Schilder Bis zum nächsten Mal.